...gewartet haben. Der ist jetzt bereit, vorerst aber noch sind wir in der Box und ich weiss noch nicht genau, ob Christina effektiv bereit ist. Christina, bist du in der Box und bist in der Mitte von Toro Rosso Fans. Und ich würde sagen, wir warten mit der Christina, wir warten vor allem mit dem Interview aus der Box und in 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 der Box. Das ist doch nicht cool, ey, das ist ein bisschen lauter. Krass... ... ... ... ... ... Wohooo! Musik Das ist ein Wettbewerb. Das war's, das war's. Musik 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 Musik